Wofür hättest du jetzt Bock? Digga, so ne fette... Ich hab dich fertig geredet, schön. Boah, ich mach den Zweihänder. Boah, den Zweihänder ist geil. Das ist richtig... angenehm. Ja, Daniel, wenn du so ne Farbe bekommst, fällt auf. Was ist das, merkt man, vom Uschir kam? Wie einmal beim ersten? Wir sind am Shari Ghan. Was? Ey, Freunde, wollt ihr den kleinen Spoiler für den nächsten Vlog sehen? Wir haben uns Shisha-Kohle angezündet. Lasst bitte nichts überreden, Freunde. Also, wir sehen quasi jetzt ein bisschen das Interieur von der Kaffeemaschine. Ihr müsst euch vorstellen, ich würd's wirklich nicht krass spoilern, aber dieses Ding hier hat gebrannt. Und beinahe hätte das Ding hier auch gebrannt.